Ihr seid die Torwächter und ich der Schlüsselmeister. Willkommen zurück zu Song of Horror. Wir sind bei dem Schlüsselrätsel. Es ist alles gar nicht so leicht hier. Ich habe mir mal was aufgemalt, dass ich die alle jetzt einfach so wegstreichen kann. Ich muss nämlich jetzt logisch versuchen, die einzelnen Schlüssel hier rauszufiltern. So, warte mal. In der rechten Spalte sind alte Schlüssel. Ich hebe sie nur für den Fall der Fälle auf. Also die alle rechts hier, ja? Die da. Die werde ich schon mal alle wegstreichen. Ich habe mir so einen Raster aufgemalt. Mit acht Spalten und vier Zeilen. So. Also die sind alle weg. Klar, was haben wir als nächstes? Die farbigen Metallschlüssel sind für die Sicherheitstür zum Laden und die Schlösser. Farbigen Metallschlüssel. Also müssten die so ein bisschen glänzen, ja? Aber das ist irgendwie... Das ist irgendwie so ein bisschen... Es ist schwierig. Die leuchten ja nicht alle. Die sehen aus wie aus Plastik hier. Sehr da. Warte mal. Also das ist auf jeden Fall Metallschlüssel, der blaue. Den werde ich mal wegstreichen. Die beiden sehen auch sehr metallisch aus. Da weiß ich es nicht. Metall, Metall, Metall. So zwei. Die beiden. So. Und das ist Metall. Und das ist auch Metall, würde ich mal sagen. Der dritte und der sechste. So. Dann haben wir das. Ich hoffe, das stimmt auch. Ähm. So. Die quadratischen goldenen Schlüssel und die schwarzen Kunststoffschlüssel gehören alle zu den Geräten und Apparaten im Laden. Also die sind auf jeden Fall alle Kunststoff, die schwarzen Schlüssel, ja? Ich muss sagen, der da kommt weg. Der da kommt weg. Und der da kommt weg. Dann habe ich nicht mehr so viele. Wenn immer weniger. Die quadratischen goldenen Schlüssel. Was ist denn hier quadratisch? Also der ist auf jeden Fall sehr quadratisch. Ist das quadratisch? Ich lasse ihn mal. Ja. Der ist auf jeden Fall auch quadratisch hier. Ich würde sagen, die sind auch quadratisch. Auch wenn sie halt so ein bisschen oval aussehen fast schon. Ich streich sie mal weg. Die sind doch... Ja doch. Den eigentlich auch. Der ist auch quadratisch. Okay. Ist jetzt meistens auch Auslegungssache, aber... So. Äh. Well. So. Die runden und dreieckigen silbernen Schlüssel sind die Kopien, die du für die alten Vitrinen angefertigt hast. Hat. Hat. So, die beiden schon mal, würde ich sagen. Das und das. Der ist auf jeden Fall rund. Der ist rund. Der vierte. Der ist dreieckig rund. Ja, die können beide weg. Ey, cool. Es sind nur noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Schlüssel. Sechs Schlüssel nur noch. So. Äh. Der runde, grüne Kunststoffschlüssel ist für dein Motorrad. Ähm. Und der rote Kunststoffschlüssel für den Safe. Runder, grüner. Plastik. Also, warte mal. Der ist rund und rot. Der kommt auf jeden Fall weg. Ah, warte mal. Das ist ja nur... Der rote Kunststoffschlüssel... Achso, das ist auch Kunststoff. Der runde, grüne Kunststoffschlüssel. Was ist denn hier Kunststoff? Der da? Nee. Der ist noch frei. Warte mal. Das ist der kleine für die Kiste der Mutter. Ja. Der kann auch weg. Cool. Wir haben nur noch vier Stück. Ich hab's ja gleich. Den hab ich auch schon weg. Wir haben den hier noch. An grünen. Den silbernen noch. Hab ich den hier nicht weg. Das war ein Metallschlüssel, ja. Und den hier ganz oben haben wir noch. Also der hier ist es auf jeden Fall. Offensichtlich. Der hier ist es auf jeden Fall. Ja, und jetzt ist es eigentlich nicht mehr schwer. Entweder der oder der. Aber das ist der rund. Ich nehm mal den. Das war's. Das war's. Das war's. First try, sag ich mal. Also ich hab ja letztes Mal schon kurz überlegt, aber ich glaube, das sind die Schlüssel zu den Lagerräumen des Ladens. Drei Schlüssel, die in Erika Färbers Wohnung gefunden wurden. Sie öffnen die Lagerräume des Geschäfts. Nella! Ich kann fliegen! Oh, Leute, das ist cool. Das gefällt mir, solche Rätsel. Das ist einfach so logisches Aussortieren. Geil. Auch wenn es halt jetzt ein bisschen komisch war wegen Metall und Plastik. Und es war nicht richtig zu... Also gut, es war schon zu identifizieren, was rund ist und was eckig, aber... Ja, geil. Warte mal, ich hab da noch dieses Dokument mit den Münzen. Aber ich hab... Warte mal, Notiz von Erika Färber. Das war das Rad. Das hab ich ja schon gelöst. Anleitung zu den Schlüsseln. Warum sieht das aus wie negativ? Notizen von Isaac Färber. Ach, das war das. Der Brief. Artikelliste. Ach nee, das war dann Haikus. Warte mal. Ja, aber ist das wirklich notwendig, dass ich das mach mit den Wahrsagen? Hier, im Spiegel. Sie bleibt außer Sicht. Weiter öffne ich die Tür. Vier Schimmer, vier Krieger, Käfig, Regen und einer weiter hinten. Krieger, Käfig, Regen. Warte mal, Käfig war das mit dem Skorpion. Äh, mit der Spinne. Vier Krieger. Äh, also, ne, Krieger, Käfig, Regen und einer weiter hinten. Was soll das bedeuten mit dem Einer weiter hinten? Bei den Krieger habe ich ja schon den Käfig, wie gesagt, das Terrarium. Kein Plan, was das sein könnte. Ach so, wir sind übrigens in Erika Färbers Wohnung. Und, die hat einen ziemlich geilen Stil, sage ich mal, ihre Wohnung einzurichten. Ich finde das total cool. Das ist halt so ein bisschen viel vielleicht, aber sie ist ja schon viel gereist und das sind alles Erinnerungen daran. Finde ich schon sehr geil. Warte mal, das ist jetzt der Schlüssel für ihren Schrank dabei, oder? Das Schränkchen hier im Bad, das war ja verschlossen. Was? Was? Warte mal, was? Keiner von ihnen sieht gleich aus und doch sollte man meinen, dass sie alle die gleiche Funktion haben. Ah, 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 Daniel. Ah, du bist so witzig. Er ist so lustig, ne? Na klar, sieht Schlüssel immer anders aus. So, da gucken wir uns mal die anderen Räume an. Es gibt ja noch ein paar. Ich habe so ein bisschen Schiss, weil irgendwas muss ja noch passieren. Oh, darf ich noch mehr Klamotten durchwühlen? Ja! Daniel, willst du wirklich die schmutzigen Klamotten einer jungen Frau durchstöbern? Ich bin mir sicher, der Richter wird dir glauben. Ja, komm, mach jetzt. Was macht er denn immer für Geräusche? Nichts gefunden. Auch irgendwie offensichtlich hat sie da so viele Laken im Bad hängen. Oha. Hör ich mal dieses Wohnzimmer an. Meine erste Bude war ein Witz dagegen. Und sie hat so ein riesiges Zimmer hier, also so ein riesiges Haus. Oder Wohnung besser gesagt. Äh, B-Movie Horrorfilme. Ich mag es, wie anspruchslos die sind. Obwohl sonst wenig für sie spricht, um ehrlich zu sein. Sophie liebt diese Art von Möbeln, äh, was? Sophie liebt diese Art von modernen Möbeln. Oh, guck mal, alte Kamera. Dieser Projektor erinnert mich an entspannte Sommerabende, an denen ich mit Freunden Filme angeschaut habe. Was? Mal überall Klamotten dazu rumliegen. Klassische Rock- und Jazzalben. Guter Geschmack. Ihr wisst am liebsten, wenn ich das nicht tun müsste. Musst du auch nicht. Du willst es doch in den BHs und Höschen rumwühlen. Guck mal. Also Daniel, beherrsch dich. Dammit. Dammit. Endlich, hier ist was. Oh. Ein kleiner, ein kleiner Schlüssel gefunden in Erika Färbers schmutziger Wäsche. Es sieht aus wie ein Spielzeug. Aha. Und sie hat einen Arcade-Automaten. Erika Färber muss diese Maschinen lieben. Ich habe nie wirklich verstanden, was ihren Reiz ausmacht. Wow, buh. Die sind cool. Ein schicker Blattenspieler. Ich weiß nicht warum, aber bei dem Anblick möchte ich am liebsten Musik von damals spielen. Hm, das ist appetitlich. Oh Gott, ist das ekelhaft. Und sie raucht auch. Gepflanzt ist abgestorben. Der Boden ist knochentrocken. Ampflanze. Ein Fotoapparat, der mit den Büchern und Reiseführern zusammengestellt wurde. Und hier. Erika Färber hat eine beeindruckende Schallplattensammlung. Rockklassiker einschließlich der legendären Single Stairway to Heaven. Ich brauche diesen Haufen nicht zu durchsuchen. Erika, du willst es doch. Wer weiß, wie lange das Geschirr nicht gewaschen wurde. Guter Gott, da muss alles mögliche drin sein. Eikes. Alle möglichen Arten von Gewürzen. Beim Kochen gebe ich immer jede Menge von dem Zeug nach dem Zufallsprinzip ins Essen, damit meine Gerichte exotisch wirken. Das wirkt nicht exotisch, das wirkt einfach nur eklig. Das sind eine Menge Messer. Ich habe keine Ahnung, wofür die Hälfte von denen ist. Zum Schneiden. Von Dingen. Ich halte auch nicht so viel davon, dass wir für alles ein Messer brauche. Ich habe einen Chefmesser und das reicht zum Kochen. Mehr brauche ich nicht. Damit esse ich auch mein Essen und schneide das. Nein, natürlich nicht, aber ein Messer reicht in der Regel. Wenn man weiß, was man macht. So, das ist bestimmt für den kleinen Schrank und da ist jetzt das Luminol drin. Hundertprozentig. Irgendwie geht mir gerade so ein bisschen der Horror-Part hier ab. Also es ist nicht gruselig gerade. Es ist einfach so ein bisschen... Ja, einen auf Creep machen und die Wohnung von einer jungen Frau durchsuchen. Ja, natürlich war das richtig. Diese Flasche sieht nützlich aus. Eine Flasche Luminol. Eine ungeöffnete Flasche Luminol. Ja, hier steht, dass es 150 Milligramm sind. Ich habe gesehen, wie sie dieses Zeug im Fernsehen benutzt haben, um alte Blutflecken zu finden. Ja, cool. Das war's in Erika Färbers Wohnung, hoffe ich. Weil ich will immer wieder ein bisschen Grusel haben, ne? Wie so ein Creep hier. Guck mal, es ist überall Licht an, aber wir laufen mit der Taschenlampe durch die Wohnung. Warum? Warum ist sie eigentlich über Licht an? Das macht man doch nicht. Warum können wir dazu auch nochmal Schlüssel hängen? Warum nehme ich die nicht mit? Nun. Alles klärchen. So, was haben wir denn jetzt noch? Ich kann mal ein Justizbuch zumachen. Ich habe nämlich nichts mehr aufgeschrieben. Alles abgearbeitet. Ich bin ja gespannt, was jetzt mit den Fotos dann passieren soll, wenn wir die entwickeln. Und mir fehlt halt immer noch so eine Münze. Warte mal. War hier noch was? Weil da konnte ich ja noch gucken. Ben Müllberg. Guten Tag, ich bin Hans Müllberg. Ja, Müllabholpläne und dergleichen. Was wahrscheinlich kein Schwein befolgt, weil der Müll steht hier überall im Hausflur. So, Daniel, wir haben es doch. Warte mal, die unteren Wohnungen... Ich meine, der ist ein Schlüsselsymbol, aber heißt das, ich kann die öffnen? Immer derselbe Quatsch, dass das ein Schlüsselsymbol ist und man kriegt die nicht auf. Sollen sie doch gleich das beschlossen Dings dazu machen. Hey, komm, ich lasse es. Bevor ich jetzt die ganzen Türen abprobiere, wir gehen jetzt einfach zurück ins Lager. Da war ja noch was verschlossen, oder? Wo war denn hier noch was verschlossen? Hm, im Laden war noch was. Hier oben war noch was. Und da war noch was. Okay. Ich gehe es mal an. Bitte jetzt nicht die Mumie wiederkommen, ja? Sei so gut. Mommy alive. Okay, okay. Wo war das jetzt nochmal? Da drin war es. Nee, da war was. Das war zum Verstecken. Da war aber nichts Verschlossenes, oder? Aufstellungsstück. Wohnungen, Innenbereich. Da war ich, äh, da war noch was. Block 4, das ignoriere ich jetzt einfach mal. Lagerräume. Im Keller war das. Da war ich ja doch gar nicht so falsch hier. Gab es ein bisschen... Nehme ich? Oh, die Kamera. Gut, ich nehme auf. Ich muss aber die Kamera überprüfen. Das ist so ein leichter Running Gag. So. Lauschen brauche ich nicht, okay. Alles klärchen. So, da war das Vieh hinter, letztes Mal. Ja, ist immer noch was hinter. Ich mach das nicht auf. Werde vergessen. Wisst ihr, warum ich so lange überlebt hab? Mit den Charakteren. Shit, ich bin screwed. Oh, Gott, ich bin. Oh, Gott, ich bin. Oh! Oh, ja, 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 ja. Und stay down. Es ist halt echt immer noch da drin. Ist klar, ich hab die Tür zugehalten. Ja, ja, aber es ist halt irgendwas Übernatürliches, deswegen. Okay. Sehr gut. Sicher ist sicher. Ich lausche nochmal. Ja, wisst ihr, warum ich so lange überlebt habe? Weil ich vorsichtig bin. Weil ich nicht einfach alles, was nach Gefahr aussieht, sofort untersuche, weil das wäre ziemlich doof. Oh, Brecheisen, nimm das mit. Hast du noch nie ein Wimmelbildspiel gespielt, Mann? Oh, keine Karte, was? Das ist unheimlich. Wie ein Silent Hill. Wenn du keine Karte hast, ist nie gut. Ja, Sachen aufschließen. Oh, gut. Ich weiß nicht, was ich hier mache. Oh, gut. Ich untersuche Dinge. Nichts Interessantes. Ich suche einen Lagerraum mit einem Kleiderschrank. Oder halt irgendwas anderes Interessantes, hä? Meinst du nicht? Nee. Ist wirklich nichts. Oh, mein Gott. Wie weit geht's hier denn noch? Boah. Echt unheimlich mit der Puppe hier. Hä? Bin ich da nicht gerade hergekommen? Nee. Alter, das ist halt echt volles Labyrinth. Das ist ein verdammtes Labyrinth. Ich weiß nicht, was ich hier jetzt noch mache. Oh, hier geht's noch. Ja, kein Wunder, dass es hier keine Karte gibt. Man soll ja verwirrt werden, hä? Nichts Interessantes. Hm. Ich könnte bedenken, dass hier irgendwo noch die Münze ist. Wenn es heißt, weiter hinten. Ich könnte den Trick bei Labyrinthen übrigens immer an eine Wand halten. Also links, jetzt halte ich mich mal an die Wand. Außer natürlich, wenn es noch Innenbereiche gibt, die abgetrennt sind von diesem Wegesystem. Dann wird es ein bisschen schwieriger. Hier, schau mal. Also so elaboriert ist es jetzt auch nicht. Das macht die Kameraperspektive auch viel mit. Äh, äh. Äh, äh. Das ist ein verdammtes Labyrinth. Ich weiß nicht, was ich... Heu nicht rum jetzt. Mach die Tür auf. Aha. Nichts Interessantes. Ich suche einen Lagerraum. Im Kleiderschrank. Aha. Das ist aber nicht interessant. Das ist ein verdammtes Labyrinth. Ich weiß nicht, was ich hier jetzt noch mache. Ja, wenn der Aufruf... Ach, der Kerl, der geht mir gerade so ein bisschen auf die... Ah, das mit den Schildern ist so toll, dass die fluoreszieren. Na, habt ihr euch schon verlaufen? Also ich weiß noch, wo ich bin. Nein, wenn du... Wenn du es... Alle Minute sagst, reicht das. Und nicht alle paar Sekunden. Ja, mal lieber. Das ist ein bloody Maze. Ah, Kleiderschrank. Die Notizen erwähnten einen Kleiderschrank mit Blutflecken, die nur mit Luminol sichtbar gemacht werden können. Ich frage mich, ob das der richtige Lagerraum ist. Warte mal, die werde ich mal kombinieren. Was? Ich muss das erst mischen, oder? Ach, verdammt. Ich muss das erst mischen. In Isaac Färbers Wohnung. Mission Impossible. Bin alle versiegelt. Warum auch immer. Nicht unheimlich, oder? Das ist ein bloody Maze. Ich weiß nicht, was ich hier gerade mache. Ja. Oh. Dass man das nicht gleich benutzen kann, den Schlüssel. Obwohl ich weiß halt schon, dass es verschlossen ist. Ich kann es mir zumindest denken. Oh, eine alte Nähmaschine. Hm. Das hätte er ruhig kommentieren können. Oh, wie cool. Eine alte Nähmaschine. So. Da wird es wahrscheinlich gleich Ende sein, hoffe ich. Ich gehe erstmal in den Nebengang hier, bevor ich die Tür jetzt öffne. Ich mache das jetzt sogar, bis er sagt, der Schlüssel ist nicht mehr zu benutzen. Oder nicht mehr brauchbar. Ja, seht ihr? Hier ist nämlich auch wieder Ende. Die beiden sind auch fürs Lasseln. Mann, warte mal. Da geht es wieder raus. Ich will doch gar nicht raus. Oh, hier ist das Brecheisen. Da geht es raus. Kade. Da muss ich halt echt erst das Zeug mischen. Aber wo bitte bekomme ich jetzt alles her? Ich überlege gerade, in Isak Färbers Wohnung habe ich da destilliertes Wasser automatisch, wenn ich da jetzt hingehe, meine ich. Am Waschbecken oder so. Schauen wir mal. Ich werde mal die dritte Münze hier einwerfen. Doch. Ach, ein bisschen creepy ist es ja schon. Boah. Ja, eine Kugel mit der Botschaft ist rausgefallen. Ich sehe deine Zukunft. Was sehe ich? Da ist etwas, das nicht da sein sollte. Ist klar. Okay. Auf zu Isak Färbers Wohnung. Und in diese... Ja, in die Dunkelkammer. Die Täter hat sich jetzt schon lange nicht mehr blicken lassen. Also bis auf das eine Mal mit der Tür. Aber auch diese Mumie ist irgendwie so... total passiv auf einmal, ha? Äh, war das da, ne? Ja, ist wohl richtig. Tapp, 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 padapp. Der für den Müll rumliegt überall, oder? So, dann gucken wir mal... Äh, Dunkelkammer. Die ist da. So, Leute. Ich werde den Part hier schon mal beenden. Das Finale war etwas länger, als ich dachte. Und ich habe einen sehr langen Part aufgenommen. Danke fürs Bewerten und Kommentieren. Wir sehen uns wieder zu Song of Horror. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.